Große Energie ist auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Das ist hier auf jeden Fall irgendeine MeToo-Fabrik. Und die Drehenden, die können mehr aushalten. I understand. Hm? Müssen wir hier runter? Ist das Wasser? Sieh! Instant Death! Nein! Halt! Stopp! Nur antippen! Oh! Ähm... Ähm... Mhh... Dust! Oh Gott! Okay. Ach du Scheiße. Wir haben doch Marine Rush. Ist ja auch mal zu was gebrauchen. Oh! Man kann mit denen sich frei bewegen. Das ist ja nice, ein Stein. Und man stirbt auch direkt instant. Das ist schön. Okay, dann weiß ich aber, ich flieg nur da drüber und dann steige ich wieder aus. Äh... Nee! Ja, komm. Ähm... Aua... Ist am wenigsten aufgeladen. Da hab ich drüber gerutscht, ne? Ja. So. Jetzt kommt der Marine, rasch. Again. Hallo, again. Und dann. Ach. Warum kann der schwimmen? So. 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 Boah. Tideeeeeee. Dann lass ich treppen. Ich mag das Level nicht. Ich mag das Level nicht. Jaja. Darf in einem guten Megaman nicht fehlen. Das war so klar, ne? Man kommt doch bestimmt von dem einen, da kommt man doch rüber. Da kommt man doch rüber, Junge. Man muss nur schnell sein. Bäh. Mann. Mann. Das war so klar. Von hier. Ich trau mich das nicht, da drüber zu springen. Ich kann das nicht. So. Drecksvieh. Kleine Energie könnte man mal mittlerweile, obwohl ich hab nur noch null Leben. Und da oben, das werde ich mir jetzt einfacher machen. Das hier jetzt noch nicht, aber das da drüber mit den Spikes. Ja. 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 Wenn das denn geht. Oder kann ich hier noch Keule benutzen? Ich weiß nicht, ob ich so hoch da hinkomme. Wow. Da komme ich auch nicht hin. Da muss ich jetzt mal gucken. Hm. Es ist so dumm. Es ist immer noch das gleiche Passwort. Ich mochte die Musik in dem, in dem Wolkenlevel viel lieber. Ich will hier nicht hin. Das ist ein doofes Level. Kack, MeTooles. Fickt euch, ihr kleinen Chromo-Fürsten. Ach, Mann. Leck mich. Erst mal hier abwarten. Da, spring mal drüber. Oder auch nicht. Müssen wir irgendwas aufladen? Nö. Gut. Dann ab nach unten. Und dann sind wir schon hier. Das ist ja nice. Fuck. Das kann doch nie dein Ernst sein. Ich hab nix zum Aufladen. Oh, ich bin so dumm. So. Äh, Marine Wash. Das ist egal. So. Aussteigen. Okay. Okay. Baaaaa. Okay. 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 Haben wir geschafft. Hört das jetzt auf? Müssen wir irgendwas aufladen? Nein, immer noch nicht. Gut, dann lassen wir das liegen. Kommt jetzt noch so ein Sandmann? Das wäre mega scheiße. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass... Ein Energietank. Dass ein Sandmann in der Wasserwelt kommt. Und da ist schon das Ende. Und wir haben alles aufgeladen. Wir haben einen Energietank und noch ein Leben. Das ist jetzt Wasser. Was war denn gut gegen Wasser? Jetzt muss ich mal gucken hier. Dive, Dust und Skull. Dann nehmen wir mal Dust. Wenn Dust gegen Wasser gut ist, dann... Ein Riesen-Meetool. Okay. Oh, Mini-Meetools. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich den Mega-Buster nehme. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich den Mega-Buster nehme. Ja, gewiss fällt er auf mich drauf. Das ist doch mega asozial. Oder nicht? Was ist das? Du. Weibene拜拜. Du. Wir wollen schon�ohren, Wel OGλο. Bis zur Früh woanders kommen. Und du babysat vai? Ich bin nur noch nicht schlimm. Du was hast du. Du kannst fürs Eltern nach. Und du wirst. Du kannst peoples stayed da durch. igere Du Oper. Du hast... Du kannst ja vor mir angefangen. Das ist so unfair. Aber ich... Ich dürfte eigentlich laufen. Ich darf mich dann noch bewegen. So. Ist das jetzt vorbei oder kommt da noch was? Okay. Sehr schön. Ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, dass man in den Schlössern keine Passworte mehr kriegt. Kriegt. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt die Farbgebung voll. Okay. Es ist ja meistens so, dass es dann zwei Totenköpfe gibt beim Mr. Wiley, weil er sich das erste Mal verpisst oder so. Die Musik hatten wir aber eben schon mal. Ne, nehmen wir hier das mit. Das war aber eine sehr gute Idee. Sehr schön. Okay. Das ist ja noch machbar hier. Ich dachte, er wird nur eins aushalten. Also einen Treffer. Uh. Ne, hole ich... ...nicht, weil ich dann wahrscheinlich sowieso sterbe. Ne. Oben lang ist auf jeden Fall besser. Ach komm, fick dich doch. Oh. Moment. Ähm. Äh. Am besten von hier aus, ne? Oh, guck mal. Guck mal, guck mal, wer da ist. Hallo. Ne, 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 Energietank. Den nehm ich doch gerne mit. Dankeschön. Äh, links oder rechts? Machen wir mal links. Links. Links ist auf jeden Fall der Tod. Gut, gut. Dann weiß ich schon mal, gehe ich da nicht lang. Gehen wir nach rechts. Kann man sich wenigstens schon mal das Level hier ein bisschen angucken. Solange die nur da runterfallen, ist das alles gut. So, was haben wir jetzt hier? Oh nein. Oh nein. Hm, das tut mich ja, das törnt mich schon ein bisschen an, da hoch zu gehen. Hat wahrscheinlich nichts gebracht. Nö. Du kriegst du mal kurz an, da hoch goes, da nicht mehr zu machen. Geligi. APPORTURES klege. Vielen Dank.